Hallo und herzlich willkommen zurück. Für das heutige Video solltest du bereits wissen, was die Vektordarstellung ist und wie man mit Vektoren rechnen kann. Wir werden uns heute mit der Spitze-Schafft-Regel beschäftigen. Es geht hier also um das Spitze-Schafft-Regelfenster vom Arbeitsblatt Vektorrechnung im Raum. Wir haben hier die Punkte A mit den Koordinaten 5 für x, 3 für y und z gleich 0 und den Punkt B mit 2 für x, 4 für y und 4 für z gegeben. Diese sind hier in diesem dreidimensionalen Raum dargestellt. Wir können jeden dreidimensionalen Vektor grafisch als Pfeil im Raum darstellen. Das ist gleich, wie das bei der Vektorrechnung in der Ebene war. Dort haben wir auch jeden Vektor grafisch als Pfeil in der Ebene darstellen können. Genauso ist es jetzt hier im Raum, dass wir jetzt einfach noch eine dritte Komponente haben. AB ist der Vektor mit Anfangspunkt A und dem Endpunkt B, den ich hier gelb eingezeichnet habe. Wir wollen nun seine Komponenten berechnen. Und dazu brauchen wir die Spitze-Schafft-Regel. Wie die Spitze-Schafft-Regel schon sagt, nehmen wir immer vom Vektor AB die Spitze, was jetzt in dem Fall der Punkt B ist, und ziehen davon den Schaftpunkt sozusagen ab, der in unserem Fall A ist. Wir machen das gleich mal. AB ist gleich 2, 4, 4, also die Komponenten vom Punkt B, minus 5, 3, 0, die Komponenten vom Punkt A, das ist gleich 2, 5, 4, 3 und 4, 0 und wir bekommen den Vektor minus 3, 1 und 4. Das heißt, unser Vektor AB hat die Komponenten minus 3, 1 und 4. Auch im Raum gilt die Spitze-Schafft-Regel. Für alle Punkte A mit A1, A2, A3 und B mit B1, B2, B3 minus A3. Es ist im Prinzip gleich wie in der Ebene, dass wir hier noch eine dritte Komponente haben.